Musik Und dann verhaken sich die Autos und kommen nicht mehr voneinander los. Reikönnen, links hinten gegen Anuncio, rechts vorne, er ist der Geduld, der Kimi, left rear, against Fernando, right front. Yes, and I think the last is trying to come on the outside of it. We haven't been expecting that. Just take a moment. There's a thought that out of different cars on top of the other side. It's a great way. Wird einige Minuten dauern, denn man muss jetzt erstmal die Autos voneinander trennen. Und der nächste, der steht, ist Will Stephens mit dem meiner Marussia Ferrari. Will Stephens steht. Stephens has stopped at the side of the circuit. This is lap two. He stopped on the circuit, hopefully just before a slip road, so hopefully the McMarshall can rapidly recover that car as well. This will be a fast one, certainly, and they are working the other two. Am Schlesdienst, Streckenposten sind im Einsatz. Und das geht eigentlich blitzschnell. Die Jungs sind unglaublich gut geschult. Jetzt ist der Film, Captain Marcus Harris. Noch einmal der Start in der Zeitungswiederholung. Rosberg, einen Tick früher reagiert, setzt sich sofort neben Hamilton. Und bleibt dann auf der Kurve 1 in der Sebastian Zettlund. Der Felipe Massa ab. Rosberg gewicht das Beschleunigungs-Duell aus der Kapitolgruppe. Aus Kurve 1 raus Richtung Kurve 2. Hamilton zwar im Wind schafft, aber Rosberg bleibt jetzt rechts auf der inneren Linie. Block Hamilton und verteidigt die Führung. Im Boot von demiderkopf sehen Sie, die bei bei kunnen. Soll es sein, doch mal noch mehr inability zu führen können, WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Niko Rosberg, die in die Liga gelegt hat, geht in Turn 1 mit Vettel in 3rd place. Philippa Massa ist hinter ihm. Dann Hülkenberg, Verstappen ahead von Bottas, up into 6th place. Bottas down to 7th. Und Philippa Lanza, staying in 8th place. 9th place für Carla Sainz, der hat von 12. So, ein gut start von Carla Sainz. Well, Carla Sainz ist in 4th place. Er ist in 4th place auf Platz 9. Er ist auf 12 gestartet. 3 Plätze schon nach 5.